Ja, ja. Was passiert hier? Wir sind im Krankenhaus. Öh, der ist nach rechts, der ist genau... Los! Escape the back room. Und in der letzten Folge waren Fufu und ich in der Kanalisation, wir waren in einem Hotel und wir waren irgendwie bei komischen Monstern, die irgendwie Ballons in der Hand gehalten haben. Aber, wir haben uns am Ende jetzt irgendwie geteilt und jetzt sind wir im Wasser und wir müssen uns finden, richtig? Das ist korrekt. Ich höre dich nur mit einem Echo gerade. Fufu, wo bist du? Ich bin hier. Hörst du es? Wenn ich laut genug schrei... Ich höre dich. Wir gehen los, Fufu. Wir müssen uns finden. Gibt es hier Monster im Wasser? Weiß ich nicht. Sehen wir. Sehr schnell. Ich habe voll Angst, ne? Warte mal. Okay. Nee, nee, nee. Warte mal. Warte mal. Ich gehe andere Seite. Auf keinen Fall. Das ist dunkel. Bin ich verrückt? Die andere Seite war hell. Ich gehe andere Seite. Das ist besser. Ich freue mich, auf die andere Seite. Die ist cooler. Hä? Was ist denn hier los? Na, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ah, ah. Na, ah. Fufu, ich habe ein Megalabyrinth gefunden. Ja, da war ich auch. Und dann bin ich irgendwo hingegangen und da ging es dann so mäßig weiter in so eine Kreuzung. Okay, ich laufe jetzt einfach mal durch, ohne Plan, in der Hoffnung, sich zu finden. Ja, was ist denn das hinten? Das Licht? Hallo. Ja. Fufu, bist du hier irgendwo? Oh, bist du das? Fufu? Nee. Du bist so ein Arsch. Ich habe mein... Mein Puls war 180. Ich dachte, du bist ein scheiß Monster. Ich war so, warte mal ganz kurz. Warte mal, warum geht die Fufu nicht? Ich habe so Panik geschoben gerade. Du bist so ein Arsch. Aber hey. Ich wollte mich nur ausweilen. Ja, ich hatte so Angst gerade, ne? Hier ist was Schönes. Zähna, du springst. Fufu? Ich bin da ein bisschen weiter unten im Wasser. Dann geht es lang. Komm mal runter. Du explodierst einfach ins... Toll. Ach, nö. Oh, Mann. Okay, bis gleich. Was ging hier lang? Hey, warten mal. Ich meine, warten mal. Warten mal. Hier, habe ich es gefunden. Zero Death. Oh, mein Gott. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wieso? Was habe ich dir getan? Ich warte doch immer nur auf dich. Hey, Mann. Hier, hier müsste es mega geil sein. Ey, das ist voll sass hier. So, hier, hier. Das ist der Weg. Ich bin mir sehr sicher. Warum? Weil da Licht ist? Ja. Okay. Du hast mich überzeugt. Boah, guck mal, wie cool das hier aussieht. Das ist ein riesen Schwimmbad. Ja, da geht es weiter, glaube ich. Wo? Du hast recht. Also, da ist ein Exit. Alter. Hä? Warten mal kurz. Also, es ging einfach. Das war wirklich einfach. Hä? Nicht mal Monster? Also, wenn das jetzt einfach das Ende ist. Okay. Okay. Hä? Was war's? Wo, wo? Wo, wo? Ja. Okay. Was passiert hier? Wir sind im Krankenhaus. Hä? Da rechts ist dieses... Ah! No! Loom! Rechts, 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 rechts! Oh! Links! Dreh dich nicht um. Ich hab mich umgedreht. Bist du tot? Nee. Ah! Ich bin blockiert! Ich bin blockiert! Du bist doch kacke! Wollen wir einfach warten, um Tür zu machen? Ich bleib mal hier drin. Ich will sehen, ob hier was wollen. Soll ich gehen, oder was? Ja. Meins? Ich will nicht! Ich glaube, wenn ich über diese Grenze da gehe, kommen sie. Ich will nicht! Ich hab Angst! Ähm. Ah! Die kommt von der anderen Seite! Nein! Warum? Was ist das für eine Scheiße? Komm, lass einfach zusammen, bitte. Lauf! 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 Lass mal! Bitte, bleib nicht stehen! Links. Rechts. Oh mein Gott! Lampe! Scheiß-Lampe! Ich bin dann! Die Scheiß-Tür! Die Scheiß-Tür! Mann! 3, 2, 1, go! Okay, reiß! Bist du tot? Du Scheiß-Kack! Oh mein Gott! Lauf! Lauf so! Ich kann nicht mehr! Okay, warte. Ja? Wenn ich hier rüber renne, dann renn du einfach wieder zurück. Du musst aber auch mehr kurz. Okay, aber ich muss kurz mit... Okay, okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Ich bin tot. Egal, wir schaffen es jetzt. Komm. Okay, diesmal aber beide. Oh, wärst du nicht mitgekommen, wäre ich von vorne so gestorben, ne? Okay, links, rechts. Mom, lauf! Hugo, ich komme! Ich bin nachher hinter dir. Da kann man nicht rein. Nein, okay, da muss man rechts lang. Okay, wir schaffen es, wir schaffen es. Zack, 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 zack. So, jetzt rechts. Rechts halten gleich, rechts halten. Jetzt rechts rum. Zack. Wieso macht ihr so? Jetzt durch die Tür, durch die Tür. Ich komme, ich komme. Okay, ich bin durch. Wo jetzt lang? Okay, weiter. Ich bin durch. Du auch? Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Nein, was ist das da? Warte, warte, warte. Hold up, hold up, hold up. Das ist ein Freund. Nee, echt? Ich finde es so. Hört er uns? Hört er uns nicht? Ich habe eine Taschenabwehr. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Kassetten nochmal machen. Ja, ja, links war Kassetten. Kann er uns sehen? Ich weiß es nicht. Hey, was ist mit dir, Junge? Hey, wie viele Kassetten sollen wir denn nehmen, Alter? Ich nicht. Oh, oh, oh. Hupo, Feueralarm! Feueralarm! Oh mein Gott, was? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Warte mal. Okay, jetzt ist es nicht mehr witzig. Jetzt ist es nicht mehr witzig. Ich habe nicht gelacht. Ich habe doch gar nicht gelacht. Ich kann nichts mehr. Wem glaubst du das? Ich habe keine Taschenlampe. Ich weiß nicht. Sieht der überhaupt was? Oder hört der nur? Warte, warte, ich mache hier Feueralarm. Mach mal. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Echt jetzt? Oh. Oh, scheiße. Okay, wo müssen wir die Kassetten reingehen? Ich saß auf mich. Okay, der Computer könnte nützlich sein, um herauszufinden, ich muss ruhig bleiben. Okay, lass mal an den Computer erst mal reingehen. Wir haben jetzt die Kassetten eingesammelt, ohne zu wissen, was die Kassetten wirklich bringen. Huah! Warte, warte, warte. Huah! 32, Pupu, jetzt müssen wir Kassetten einsammeln. Er ist so hardcore da hingekommen. Ja, jetzt kommt da hardcore woanders denn, Alter. Und zwar auf dich. Ah! Oh, du bist zerploppt. Er ist sauer, Fufu. Geht's dir gut? Immer deinen Taschenlammchen, ne? Brauchst du, glaube ich, nicht. Ja, hör... Oh! Ha, ha, ha! Hey! Du bist mir nicht bewegt! Ich dachte, er holt mich. Puschi? Ich weiß nicht, ob das Licht mit der Zeit ausgeht oder mit den einsammeln in der Kassetten. Musst du die Kassetten einsammeln oder einlegen? Oh! Ohne so! Ey, ist doch kacke, Bro. Oh! Ha! Oh mein Gott, wie habe ich das übernimmt? Ab alle! Was jetzt? Musst du jetzt annehmen, den Laptop? Oder irgendwie zu einer Tür? Okay, ich gerne komme wieder ran. Äh... Musst du da hin? Zum Kreis? Ist das Monster weg? Das Monster ist weg! Ich hab's geschafft! Ich bin der Beste! Maxi! Du hast es geschafft! Fufu! Ei! Boah, was sind wir denn jetzt hier? Was ist das? 94 Etagen nach oben geht es jetzt. Beziehungsweise auch nach unten. Also müssen wir einfach hochlaufen. Das ist eigentlich alles. Let's go! Ach du... Eins... Die müssen hoch. Oh mein... Zwei... Oh, toll. Drei... Das ist wirklich ein Traum. Kommen wir hier noch Monster oder so? Ich verstehe gar nichts. Vielleicht rennt hier gleich irgendwas hinter uns. Hier. Wo ist der Fahrstuhl? 24. Alter, was lustiger ist denn es 24? 25? 25? Ah! Jihihi! Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Gameplay. Wir sind jetzt bei 67. Wir haben es eh schon zwei Drittel geschafft. Wir haben es gleich schon geschafft. Ja, noch nicht mal was rinken. Ich brauch ein bisschen Pause. Ah, 92. Ich noch zwei. 93 und... 94. 94. Boah, wir haben es geschafft. Hier ist... Paschenlappe? Nicht. Jetzt gar nichts. Also bei 94 war jetzt nichts. Also müssen wir höher. Wir gehen einfach höher. Wir gehen zu 100. Hier ist 97. Vielleicht haben wir uns sehr... 100 ist die magische Zeit. Vielleicht meinten die 194. Boah, du hast recht. Ja. Und 99. Und jetzt? Boah, stell dir vor, es geht doch... Die 100 fehlt. Hey, die verarschen uns. Infinity! Nein, das geht nicht ehrlich unbegrenzt nach oben, oder? Oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Hallo? Schau mal nach oben. Ah! Ich komm mit dir. Wenn einer stirbt, dann sterben beide. Ah! Endlich jetzt frei! Ich kann nicht! Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin 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 nicht. Ich werde sterben! Ich werde sterben. Nur wegen der runtergesprungen, hier sterbe ich jetzt mit dir. Ich springe so viel. Wir sind doch schon locker 100 Dinger runtergeflogen, oder? Oh, das ist Ende, das ist Ende. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh. Hey, guck mal, wir sind es geschafft. Wir sind draußen, wir sind frei. High five. Yeah. Hier ist ein... Oh, guck mal. Be inside and turn the lights off before the 10 p.m. Okay, bevor es 10 Uhr abends ist, müssen wir nach Hause gehen und die Lichter ausmachen. Das mache ich auch immer zu Hause. Ja, ich auch, aber was machen wir jetzt hier? Was ist der Sinn gerade? Ich bin so verwirrt. Schau mal, die Häuser schauen alle gleich auf. Ist das die Realität? Alter, dann will ich zurück in die Backrooms. Ja, ist voll hässlich hier. Kann man in das Haus da reingehen? Hallo? Hallo? Hä? Ist ja gar nicht. Wann habe ich dann die Tür zu machen? Ist abgeschlossen oben. Oh, ich sehe ein Schloss da hinten. Ist die Musik? Oh, guck mal. Dün, 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 dün. Komm, hier ist sogar noch keystuff und so. Oh Gott, ich muss was trinken. Hallo, bitte einmal noch. Ähm. Äh, ich muss was trinken. Hast du dir das Startgeräusch? Äh, warte mal, wir fahren. Hä, so cool. Okay, let's go. Fahren wir in die richtige Richtung überhaupt? Ich weiß es nicht. Fahren wir, Entschuldigung, wo fahren wir gerade hin? Der ist links abgebogen. Echt jetzt? Äh. Die Tür ist zu. Das ist gar nicht gut. Oder vielleicht ist es ja auch richtig gut. Hier, jetzt kommen wir zum Schloss. Und es wird dunkel. Hast du eine Taschenlampe? Ja. Ja, guck. Oh. Ich habe keine Taschenlampe. Lässt er uns raus? Äh. Nee. Nee? Es ist bestimmt zehn. Äh. Wo ist das? Das ist mit Kinder. An der Tür. Ah, weil es zehn Uhr ist. Mach mal Tür auf. Die Kinder kommen zum Spielen. Geht nicht. Okay, dann bleiben wir einfach hier drin. Warum höre ich wieder was? Ähm. Ja? Du bist tot. Ah, ich auch. Oh, achso. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Schloss unser Ziel ist oder ob wir einfach gerade... Wenn der schwebt, gefühlt, also ist das richtig. Ja, ich glaub dir mal. Guck mal, wir nähern uns dem Schloss. Der schwebt. Ja, aber das ist doch kein Problem. Wir klettern nur einfach Leiter hoch oder so. Aber wenn es jetzt Nacht wird, wäre voll kacke, ne? Wir sind kurz vor... Wufu? Da. Das ist eine Leiter, glaube ich. Komm, Wufu, wir können hier hochgehen. Es ist keine Leiter, aber es ist ein Seil. Äh, ich kletter mal, Wufu. Bis gleich. Du gehst in den Himmel. Du kommst in den Himmel. Ich geh in den Himmel. Bin ich angekommen? Es ist noch nicht... Ah! Nee! Oh, ha! Wo ist... Oh, nein. Nicht Clowns-Welt. Ich mach mir die Hose. Alter, ich liebe Clowns. Komm, wir gehen in den Mund rein einfach. Okay, wir müssen ein Rätsel lösen. Ein Rätsel, ein Rätsel. Okay, können wir die Blöcke... Oh, wir können die Blöcke schieben. Hold up, warte mal. Kreis, Kreis. Zu vier, zu vier, denke ich mal. Oh, ja. Ah, okay, hier ist Kreis. Kreis zu Kreis. Was ist ein Stern? Hier fehlt nur noch... Nur noch ein Kreis-Stern. Stern-Kreis. Hier drin! Ah, hier. Hier ist Stern. Hier ist ein normaler Stern. Nee, hier ist ein Stern mit Kreis. Wollen wir einen Stern mit Kreis? Ja. Und keinen normalen Stern? Obwohl, hier sind alle. Oh! Easy. Warte, 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 warte. Ah, wer ist er? Wer ist das? Bewegt er sich? Er greift... It only takes when you can't see him. Okay, er greift nur an, wenn wir ihn nicht sehen. Also, wenn ich jetzt weg schaue, greift er an. Dann schaust du ihn an? Ich schau ihn an. Soll ich weggucken? Ja. Er ist noch. Okay, er ist weg. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Aha! Wer glaubst du stirbt zuerst? Äh, ich... Das Problem ist, wir haben keine Taschenlampe. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Da bist du. Hallo. Ich schau ganze Zeit nach hinten. Wo bist du? Maxi! Maxi! Ah! Ich habe keine Taschenlampe. Da! Da leuchtet's rot. Ich habe einen Blick. Ist es verschwunden? Ah! Viel Spaß. Keine Taschenlampe. Jetzt darf ich es angucken oder darf ich es nicht angucken? Hast vergessen. Ist dir das nicht aufgefallen, Maxi? Der Clown kam hinter dir. Hinter dir. Hä? Der rennt immer zu dir. Immer wenn du nicht hinschaust, rennt er von hinter dir zu dir. Echt jetzt? Hm. Okay. Ja? Fahren! Oh! Ich kann fahren! Wow! Guck mal, wie schnell! Wow! Miau! Oh, das war's! Hä? Was war denn das? Hä? Ich wollte einfach nur Achthaber anfangen und habe es dadurch geschafft. Ich bin so ein fucking Genie! Ha! Alter, hier kriegt man voll das... Taschenlampe. Was gut ist das? Ich nehme mir die Saft mit. Ich check halt nicht, was wir hier machen sollen, ne? Hier geht's lang. Meinst du, hier gibt's einen Monster? Nee, definitiv nicht. Nee, ne? Das würden die niemals machen. Glaub auch nicht. Fufu, da war ein Monster! Das ist nach links gegangen. Ich gehe nach rechts. Okay. Das war nach... Wir müssen nach links. Auf zum Monster! Hallo? Es hat sich, glaube ich... Es ist hier lang gegangen. Es war, glaube ich, nackt. Ähm. Hallo? Was ist denn das? Lidars? Lidars. Lidars, genau. Dieses Licht ist so laut. Checkst du den Scanner irgendwie? Äh, Fufu, es kommt. Ja, ich glaube, ich weiß, was der Scanner ist. Wir sind tot. Oh! Oh! Hä? So muss man den Weg finden. Aber er kommt auch. Er kommt auch. Hast du keine Angst? Wo bist du überhaupt? Ich bin vor dir. Hier. Dann mal zurück. Ey, es ist voll geil hier. Wir müssen nur einen Weg finden. Ach, sag bloß. Deswegen machen wir alles jetzt hell und dann sehen wir alle. Ich habe Angst vorzugehen. Ich sehe dich noch nicht mal. Oh, Vorsicht. Geh dir ruhig vor. Äh. Es kommt, es kommt. Das ist doch nicht gut. Es kommt auf dich. Wie? Auf mich? Ist an mir vorbeigerannt. Äh, jup. Ich gehe dann mal. Ach, du lebst noch? Ja. Das hat mich auch komplett in Ruhe gelassen. Das ist an mir vorbeigerannt. Fufu, ist es noch bei mir in der Nähe? Oh, er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Ich jetzt? Ja, aber weiter, kommt wieder zu dir. Der ist... Er ist an mir vorbeigegangen. Er klebt die ganze Zeit an meinen Arsch dran. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Ich denke, wir müssen nur einen Ausgang suchen. Ich glaube, wir sind schon mal richtig, weil wir durchs Monster sind. Also an dem vorbei. Hast du es gefunden? Hallo. Komm, warte zu. Ich wollte es hinter dir. Ich wollte es halt, dass man es nicht mit sieht. Er war nicht gestorben. Das ist gut. Darauf erst mal einen Schluck Wasser. Okay, warte, wir haben zwei Optionen. Lass kurz einmal runtergehen. Lass wieder hochgehen, dies Wasser. Lass kurz einmal Aufnahme stoppen. Und ich starte neu. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht. Ich habe das... Oh, ist hier Ende? Ende, ne. Kannst du auf? Haben wir es geschafft? Gut, dass du die Aufnahme neu gestartet hast. Ja, wirklich. Wir haben es geschafft. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich job ganz gut. Oh, weißt du. Wir haben es geschafft, Wofu. Endlich durchgekommen. Wir haben es geschafft. Ja, 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 ja. So, okay, Leute. Das war es mit Escape the Backrooms. Falls ihr noch mehr Backrooms sehen wollt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, welchen wir als nächstes spielen. Schaut auf jeden Fall auch bei Fufu vorbei. Der ist in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Der ist ganz lieb. Lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Backrooms. Und ja, ich würde sagen, das war es. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschau.